so meine lieben freunde wir haben es immer noch februar und es ist immer noch nicht so warm wie es ich es manchmal gerne hätte aber was soll's draußen scheint die sonne und ihr wisst sie scheint mir aus dem inneren heraus so war es beiseite ich habe mir gedacht ich erspare heute euch mal den start und die ganze prozedur und erst wenn ich mit euch in der luft bin und mit dem flieger dann melde ich mich bei euch zudem tatsächlich das was ich euch hätte zeigen wollen irgendwie gar nicht aufgetaucht ist also habe ich gesagt schade dass die moschee nicht da ist aber was soll's ich kann es nicht ändern ich habe sie nicht gefunden wir werden vielleicht eine zweite moschee antreffen aber ich sage sicherheitshalber vielleicht ich bin da nicht so sicher aber ich wollte euch mal so eine wunderschöne hafenanlage zeigen wahrscheinlich ohne schiffe wie auch so oft bei microsoft wir sind einen wunder wunderschönen kanal angeflogen wo tagtäglich was weiß ich hunderte von schiffen durchdrucken und ja microsoft scheint ja die alle irgendwie versenkt zu haben wer weiß vielleicht ist ja irgendwie so ein u-boot spiel die graue wölfe oder sowas integriert und die schiffe wurden bevor wir sie sehen konnten alle versenkt wir sitzen hier gemeinsam und ihr seht es schon hier vorne in einer cessna 170 b das b weiß ich nur weil es dran steht wenn man beim wenn man sie fliegen möchte dann sieht man okay ich fliege eine 170 b über das flugzeug werde ich jetzt nichts weiter erzählen ich habe es schon mal vorgestellt und wenn ich das noch mal vorstellen soll dann möchte ich gefragt werden aber was mir von oben unwahrscheinlich gefallen hat als ich so in der karte um geguckt habe als ich geguckt habe wo wir rumfliegen und so übrigens wir sind hier hinter uns ist direkt dubai und wir fliegen in der gegend so ein bisschen durch die gegend wo die reichen die möchte hat gern reichen und die scheiß und was weiß ich weiß ich alle treffen wo frauen die nichts besonderes drauf haben sich eine videoausrüstung ein laptop besorgen und dahin ziehen um sich dann sozusagen ja bei tik tok tinder und sonst was es alles gibt anzumelden um dann hier auf kosten anderer ein tolles leben zu führen klingt neidisch ist es nicht es soll jeder nach seiner fahrung glatten möglich werden was ich davon halte würde ich jetzt hier nicht unbedingt breit treten wollen aber es gibt ja so viele berufssparten und sind die alle wirklich so toll warum fährt der dünner mann in 500 sl aber der der sich den dünner kauft mit dem fahrrad oder vier hat vor also es sind so ihr wisst ihr versteht was ich meine und wirklich ist das ist kein neid darin ich kenne diesen diesen neid nicht der sozusagen anderen etwas missgönnt und es soll jeder auf seine art und weise glücklich werden und das meine ich voll ins ernst was ich euch zeigen wollte ist eigentlich diese wunderschöne es sieht so von oben aus wie so ein uhrzeittier finde ich schön gemacht schade ist nur dass es irgendwie nur aussieht als wenn da sand wäre ich hätte jetzt gedacht das ist eine wunderschöne hafenanlage mit schön steaks und so also nicht steaks zum essen sondern ein steg wo man ein boot anlegt aber irgendwie ein bisschen gefehlt ich meine wir sind in halb tausend fuß meter hoch das ist eigentlich nicht so hoch aber ich gehe einfach mal mit euch zusammen runter und dann gucken wir uns das aus der nähe an wie gesagt von hier oben natürlich ich musste erst mal so hoch fliegen damit wir sehen können dahinten ist noch mal so ein ich weiß nicht was es ist so eine hafenanlage und hier können wir so ein bisschen was schon sehen motorgeräusche finde ich absolut abgefahren vielleicht ist es ja auch alles noch baustelle keine ahnung kann ich euch so nicht sagen da hinten ist eine mittelgroße jacht für mein geldbeutel wäre es wahrscheinlich eine mega hat aber egal und da sieht man das verhältnis dass das hier doch schon ganz schön groß ist und gar nicht so klein wie man es vielleicht annehmen könnte aber wenn ich da so runter gucken dann sieht mir das nach einer baustelle aus und nicht nach einer fertigen hafenanlage also von weiten sieht es toll aus aber irgendwo vielleicht ist es noch gar nicht fertig also ich würde mal grob sagen ich habe genug oder genug nicht gesehen ja tatsächlich ist wahrscheinlich dass hier ein tolles gebiet auch zum segeln wir haben zwar nicht so diese krassen hell dunkel unterschiede wie wir sie hier bei uns in europa und in deutschland haben aber wenn der wüsten sand sich aufheizt da geht auch schon gut was ab also aufsteigende wärme lieben säge flieger also aufsteigende wärme lieben säge jetzt weil das ist Das kippt mal nach links, das kippt mal nach rechts. Also ihr seht, gigantische Hafenanlagen. Und ich habe keinen Plan, wozu man solche gigantischen Hafenanlagen braucht, weil hier wird ja kein Öl verschifft. Aber vielleicht denken ja die Scheiß, wie viele andere auch, haben es besser als brauchen. Was ist das? Containerumschlagplatz, oder? Das sind doch diese gigantischen Containerkräne. Da unten ist mal wieder ein Wachter abgetaucht. Da hinten seht ihr einen großen Dampfer. Ich wollte schon wieder Boot sagen. Irgendwie habe ich es mit Booten in letzter Zeit. Da unten fliegt auch irgendetwas. Da ist auch wieder ein großes Boot. Oder nee, das ist das von vorhin. Da muss aber noch irgendwo ein Kreuzfahrtschiff sein. Da unten, das sieht schon ein bisschen aus wie Hafen, weil da gibt es noch mehr Schiffe, Boote, Wasserfahrzeuge. Da. Groß. Das da sollte dann der Princess Tower sein. Da unten. 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 Vielen Dank. Da sind mal zwei Schiffe, die nicht unter oder im Wasser sind, so frachtertechnisch. Da fährt so eine Luxusjacht nach draußen, wobei die steht nach draußen. So das, da sollte der Princess Tower sein. Also ich muss ehrlich sagen, es ist schon, dass es mich reizt, da mal da unten da lang zu fliegen und dann so drum rum. Das hier passt genau zu Red Bull Airways. Da unten ist ein Swimmingpool. Oh, leider gehen die Wunder. Da drücken durchs Wasser oder unterm Wasser lang. Bade. Ich habe immer noch keinen Plan, wozu es da ist, aber hier ist es schon, da sind Häuser. Okay. Ja, es ist so, keine Ahnung, du mietest dir so ein Häuschen und dann hast du gleich deine Parzelle Strand mit dabei. Also hier sehen wir die Stegs, die höher sind, als die Boote hoch sind. Absolut spannend. Ja, und das ist leider nur fotografiert und hingepflanzt, aber leider fehlt da die Tiefe, das dritte D. Aber den Hafen haben sie ausgebaut, also das ist so. Da ist ein Gebäude, was gar nicht da ist, weil den Schatten sieht man. Also das ist eine Fotografie, aber es fehlt eben, wie gesagt, die dritte Dimension. Schade eigentlich, das wäre jetzt bestimmt spannend gewesen, aber irgendwann kommt es bestimmt nach. Und nein, auch wenn die Versuchung groß ist, muss ich ehrlich sagen, da so durch die Häuser da durchzufliegen, dann machen wir nicht. Das ist, glaube ich, nicht wirklich erlaubt. Unglaublich, was ich gerade sehe, was hier im Flugsimulator an Flugverkehr unterwegs ist, ist der Wahnsinn. Also das habe ich auf noch keinem Teil der Erde so krass gesehen wie hier. Herrlich, dieses Gebäude habe ich mindestens schon, wenn nicht noch öfters gesehen. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wie das tolle Gebäude heißt. Ich weiß bloß, dass wir im Flugsimulator, glaube ich, auch so ein Ereignis haben, wo wir da oben drauf landen können, wenn wir die alles durchsträuchten. Da ist doch diese komische Helipad, wo man dann so eine Landeherausforderung mit einem Flugzeug erledigen kann. Und irgendein Red Bull-Pilot hat es ja wohl geschafft. Deshalb dürfen wir das jetzt auch machen. Und beherrschedetze ist ja wohl hier. Und dann, wie wir das jetzt auch machen. Und dann, wie wir da einen Umgang sehen, wie das ein Ereignis haben, ist ein Ereignis. ja das ist schon faszinierend ja beeindruckend auch aber straßentechnisch haben die schon vorgesorgt für große ereignisse und dieses tolle haus hat microsoft überhaupt nicht als sehenswürdigkeit auf die karte eingetragen also auf nichts kann man sich verlassen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein kleiner Vorstadtflugplatz, kriegt man, ist so süß, oder? Bestimmt für ganz viele Drachenflieger gemacht. Ihr habt kirchen den Schleswig-Holten Rörel. Jetzt ist es ein ganzes Schild. Hinsichtlich hat sich das Stimmen der Schleuch zurückbezogen. Der Schleuch, der Schleuch, nicht so süß, die Schleuch, der Bedingung hat die Schleuch die Schleuchzeig. Abgeholt hat sich die Schleuchzeig! sagt er nach zehn jahren ihr zu seiner frau schatz wollen wir ein bisschen drachen fliegen gehen sie sagt ja okay können wir machen guckt so raus und sagt ja windig ist auch und so und sie sind unterwegs gehen wandern so aufs feld dann sagt sie sag mal du hast du hast doch gar keinen drachen dabei du hast doch wo ist die schule dabei das willst du jetzt mit der schnur er sagt damit irgendwas muss ich nicht doch fest bin oder okay ich muss ich muss trotzdem grinsen ein So, wir sollten jetzt noch beim nächsten Punkt eine große Moschee sehen und danach kommt noch ein spannendes Gebäude von dem ich natürlich hoffe, dass wir es dann finden und dann ist unsere Dubai Reise im Prinzip oder unser Dubai Rundflug auch schon fast zu Ende Ja, und diesmal sehe ich es aber und ich glaube ich brauche gar nicht drauf zu sehen ihr seht es auch da ganz in weiß das ist die An-Nur-Moschee Ich muss sagen ich mag Moscheen so von ihrer Bauweise und von der Optik her So, lass uns doch mal rüberfliegen Ich bin immer ganz happy wenn ich dann tatsächlich mal ein Gebäude finde und das auch so deutlich und klar irgendwie dargestellt ist das muss ich jetzt nochmal genießen Auch nochmal die Optik von hinten Wobei weiß ich gar nicht das ist wahrscheinlich vorne weil von hier geht man ja rein letzten Endes und ja die beiden Türmchen stehen auch vorne links und rechts Ja herrlich oder ups nicht so nicht den Flügel vor das Gebäude machen und dann Vielen Dank. Vielen Dank. Machen wir doch schon. Das passt doch gut. Fly left, Traffic runway, tree zero, Delta Mike Kilo, one tree zero, two. So, ich habe schon Landererlaubnis für den Flugplatz Char-Char. Und eine Sehenswürdigkeit haben wir noch. Hoffentlich sehen wir die auch. Ja, und dann liegen wir zweimal links und dann landen wir hoffentlich friedlich auf dem Flugplatz, der da drüben, meines Erachtens, gut sein durfte. Und das sieht mir hier total nach Industrie aus. Das ist riesige Heilen. Ja, würde ich mal so tippen. Und das kann sein, dass es schon das Gebäude ist, das ich mir erhofft und erwünscht habe. Auch ein bisschen grün drumherum. Wobei, ich würde sagen, das ist das Gebäude in der Mitte. Und zwar ist das das Astronomische Zentrum von Abu Dhabi. Und, ähm, ja. Das kann auch das Gebäude sein. Jedenfalls sind beide, das hier ist, ach seht man da, da sind so Planeten ringsherum, das ist ja cool gemacht. Wenn man jetzt natürlich noch welche wüsste, aber ich habe da leider nie wirklich gut aufgepasst und ich kann mir die, die, ähm, das müsste die Sonne sein. Aber die ganzen Planeten eilen ja um die Sonne drumherum. Da hinten und sie jetzt limpiała sie. Aber die Sonne drin, darf ich Yellow-König nicht mehr so interessieren. Aber die Sonne drin und legende, ja um die Sonne drin, will häpressen. Ich Questo nämlich nochmal ein bisschen mehr so zusammen mit Administrägen, da sind sie da BLMосchschutz. Aber wie soll das líne drin sein? Ja, also ich fand schade, dass ich die erste Moschee nicht gesehen habe, aber wie gesagt, ihr hättet euch gelangweilt. Zwischendurch war eine ganz, ganz lange Flugpause. Fast so wie jetzt, wo wir im Prinzip uns versuchen, von dem Flugplatz gemeinsam zu entfernen, um dann wieder drauf zuzufliegen. Fliegen ist aber immer wieder eine tolle und spannende Sache. Aber solche Sightseeing-Touren machen das Fliegen eigentlich immer ein bisschen spannender, weil dann fliegt man so ein bisschen von links nach rechts. Es ist nicht so das Sture, wir fliegen von A und B, von A nach B und immer nur geradeaus. Natürlich finde ich jetzt auch irgendwo macht mir Freude, wobei ich ja nie irgendwie geradeaus fliege. Da bin ich zu doof zu. So, ich konfiguriere das Flugzeug schon mal fertig für die Landung. Das heißt, ich fahre die Klappen aus. Ich habe auch schon die Freigabe. Hört ihr? So, wir haben eine Stufe und wir haben eine zweite Stufe, weil wir haben da im Flügel vorne in der Nasenleiste eine Plexiglasscheibe, so eine gebogene, und da sitzen zwei Scheinwerfer hinter. Oh, die Rundeway ist schon da vorne. Naja, wir fliegen ja ein kleines Flugzeug. Dann landen wir mal sozusagen mit einer Kurve. Bei kleinen Flugzeugen kann man das auch mal. Scharge Tower, Arabia 176 Siner Mile Southeast, inbound ILS runway 3-0 approach. Arabia 176 Scharge Tower. QNH 29er Decimal Niner 2-Win 2-6-8 at 6. Cleared ILS runway 3-0 approach. Arabia 176 Cleared ILS runway 3-0 approach. Arabia 176 Arabia 176 All of the 170 on base. Wind 2-6-8 at 6. Clear to land Runway 3-0. Clear to land Runway 3-0 Arabia 176. Die wird zu schnell sein. Das wird nicht. Von rechts kommt die Arabia. Ihr habt ja funken gehört. Und die ist schon im Anflug. Die wird zu schnell sein. Die wird abbrechen dürfen. Wegen mir. Und es gibt in der Luftfahrt keine Vorrangigkeiten. Das heißt also der der vorne ist und wenn er noch so langsam ist ist der der zuerst also der der die erste Lande Freigabe hat ist auch der erste und nicht der der schneller oder sonst irgendwas ist. Also da gibt es kein Oh der ist ja unwichtig oder so. Da ist jedes Flugzeug gleichberechtigt. Egal wie groß oder Präsidentenmaschine oder keine Ahnung. Egal wie groß und nicht der Egal wie groß und nicht der Ja, sag ich doch. So, mal wieder eine Landung von außen gezeigt. Diesmal war es auch gar nicht so grob. So, was haben wir? Kurz nach 5. In dem Fall... Ja, ich rolle ja schon. Ich weiß, ich bin langsam und ihr wollt, dass ich... Ja, also, ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, Dubai und der Flug darüber hat euch insofern gefallen, dass ihr wieder demnächst dabei seid. Und ihr müsst das ganze Einparkerei und so weiter nicht miterleben. Deshalb verabschiede ich mich jetzt hier von euch. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, steht direkt vor der Tür. Passt auf euch auf und gönnt euch was Schönes. Oder verabreitet euch mal zu einer ordentlichen Party. Aber ihr wisst, sauft nicht so viel. Ich halte davon nichts. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, wie immer, ade. Euer Flieger Michel.